Ich verkülle das Mehl und das Dachpulver. Ich rühre den Mozzarella-Käse, den Speck und den Schweibel in das Mehl. Ich gebe den Korkäse, die Milch und 3 Eissafel und einen Zillofel Ol. Ich rühre das Mehl in die Korkäsemischung. Ich rolle 15 Pizzabrochen. Ich setze die Brochen in den Ofen und bache sie 20 Minuten an 425 Grad.